Hey, hey! Und weiter geht's in der Oberwelt! Nachdem wir die fünfte Welt erfolgreich abgeschlossen haben, äh, äh, Schrägstrich, aus der Lanky-Kurken fehlt noch was. Aber ich hab mir gedacht, da komm ich noch ein bisschen in die Oberwelt, nicht wahr? Weil hier gibt's ja auch noch schöne Sachen zu holen. Und da wieder ein paar Bananen und so, vielleicht auch ein paar Blaupausen. Müssen wir gucken. So, erstmal, danke nochmal für den Tipp, dass hier oben ja, ein Fass war. Ein Bonus-Fass. Doom! Gucken wir was für ein Spiel, hoffentlich kann ich so ein Schweiß spielen. Oh mein Gott! Fangelnde Fairies! Okay. Da-da-da-da-da-da-da! Da-da! Wheel-Od! Ey, wieso wird der... Oh, voll fies! Die werden unterschiedlich wach. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Moment! Entschuldigung. Ich glaub, ihr merkt, ich konzentriere mich hier grad ganz schön. Weil ich nicht verkacken will. Das wär ja peinlich. Das wär peinlich. Oh nein! Oha, verdammt! Oh, noch eine! Ja! Wuhu! Klar kann ich nur zuschnipsen. Yeah! Dritte Banane. Ist hier eigentlich irgendwas? Oh! Verdammt! Dieser fies so kein Kroko! Boah! So, okay. Hier wollte ich jetzt sowieso hin. Hm. Nochmal in die vierte... In die vierte, äh... Na, was sagt man dazu? Vor-Welt-Welt? Nee. Klingt doof. Klingt sogar sehr doof. So. Also... Mach mal nicht wieder tauchen, Mann. Ich spring einfach bloß und er taucht gleich wieder. Hopp! So, Chunky muss mal kurz den Schalter aktivieren. Damit wir hier mit Tiny schön lang können. So. Ah, ja. Äh. Äh. So. Gut. Ohne Zeit. La los, Tiny! Dann hol dir mal dein... Was auch immer du da hast. Bup! Okay, so gut das nix. Probier's halt von hier oben. Dum! Oh Mann! Voll daneben! Ich geh aber davon aus, dass sie klein sein muss. Sonst passt sie doch nicht durch mit ihrem breiten Arsch. Nein, war nur ein Scherz. Ich glaube, Tiny Kong benutzt die Bananen noch für was anderes, aber... Weil sie die Mädchen ist, aber ist ja egal. Oh yeah! Nein, ich will ja nicht diskriminierend sein, nicht wahr? So, dann tauchen wir hier durch. Und da ist auch schon die Banane. Was für ein riesen Ding. Yeah! Donkey Kong! Yeah! Ey, ihr fehlt bloß noch... Ihr fehlt bloß noch... Eine Banana! Eine Banane! So. Na. Okay, irgendwie da raus hier. Geben wir erst mal am besten den Schlüssel ab. Damit wir in die neue Welt rein können. Wie viele Banane schon haben, wa? Unfassbar! Bald ist es soweit. Bald haben wir alle Banane und das Spiel komplett durch. So, jetzt kommt erst mal... Oh, wieder eine recht coole Welt, wie ich finde. Schlüssel, hier steckt. So. Oh, jetzt folgt er sich wieder so blöd. Ja! Haha! Oh, oh! Oh, Mann. Ist ja gut. Du bist peinlich. Oh, jetzt bekommt Donkey Kong erstmal seinen Ohrenschmalz befreit. Boom, Alter! Oh, und... Oh! Oh! Wir können sogar vorher schon in die Kamikaze-Welt. Geil! Okay. Gut. Wir können also richtig ausrasten. Nein, natürlich nicht. So, ich hole mal noch schnell was anderes kurz, was ich ja schon die ganze Zeit immer vergessen habe. Zu holen. So. Dum, 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 dum. Doi, da. Dum, dum. Und zwar ist hier auf der kleinen Insel noch eine Fee. Die wollen wir natürlich auch haben. So. Clips! Ding! So. Dankeschön. Für das Auffüllen. Irgendwo muss doch eigentlich auch so ein Chunky-Fass sein. Oder ist das hier oben drauf? Nö. Wie komme ich zum Chunky-Fass? Egal. Wui! Wui! Nein. So, okay. Also jetzt, wie kommen wir da am besten hin? Ganz klar. Wir brauchen auf jeden Fall Tiny, leider. Weil sie nur als Einzige diesen komischen Herr-Twister kann. Dann gehen wir mal in Welt 6. Da, 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 da. Do, 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 do. Do, do, do. Da, 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 da. Hup. Wow, das war gut. For whom habe ich jumped. Hup. Weeza. Okay. Oh, mein Gott. Hier kriegt man die Tipps erklärt. Okay. Okay. Okay, Moment, Moment mal. Das ist eine Banane, so ja. Moment mal, Eis. Chunky, du musst halt mal kurz für... Oh, Grafikfehler. Jetzt kommen die Grafikfehler wieder. Ich glaube ich da nicht. Chunky, du musst mal kurz für uns hier aufballern. Alter, voll kaputt. Hallo? Oh. Lunky Kongs. Blaupause. Okay. Da war ein Verwundbarkeitsfass. Ich nehme mich mal an, dass hier die Banane für Donkey Kong ist, damit ich durch die Lava rennen kann. Ja, eindeutig. Eindeutig. Wow. Alles klar. Da haben wir schon 140 Bananen. Boah, fett. So. Nein, ich meine. Na, eigentlich schon 141, wenn jetzt noch die Blaupause dazu kommt. Ey, du hast ja richtig schöne Platte ausgesucht. War mitten in der Eiswelt. War was? Schämst du dich, Alter? Boom, 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 boom. Na klar, da vor die Knochen, vor die Finger gebrochen ist gut, die Handgelenk voll Knacks. So, du halb bekleideter Affe. Wie kamen die eigentlich da drauf, ihnen so einen Schlips zu machen mit seinen Initialen? Na ja. Kreativ. Ja. Ja, Superstar von Super Mario. Sind wir unverwundbar. Können durch Lava gehen auch gerade. Eigentlich müsste von dem Raum hier so eine Hitze ausgehen. Hopps. Yeah. Auch schon seine vierte Banane. Sprich, ihm fehlt bloß noch seine Blaupause. Ach, und die kriegt man ja hier erst ganz spät. Die kriegt man hier echt ganz spät. Glaube ich. Oder? Moment mal. Ja, der hat seine noch nicht. Warum breche ich ja nicht immer noch mit Schutz rum, so. Gucken, wie es... Oh. Ich glaube, schon wieder ein Niest. Genossen. Wieder ein letzter... Moment. Raketenaufzug. Warum sollte ich hier... Aber ich glaube, da ist bloß... Mann. Ich glaube, da ist bloß ein Tipp drinne für Diddy Kong. Weil wenn man hier so sieht, hier sind vier Türen. Und da oben ist, glaube ich, bloß die fünfte Tür für Diddy Kong. Mann, warum mache ich denn immer so eine Scheiße? Aber da ich mir nicht sicher bin, gucke ich da noch mal kurz nach. Dum, dum, dum. Ja, ja, Diddy Kong. Und dann im nächsten Part können wir dann schön in die Welt eintreten. Dum, dum, dum. Dum, dum. Spielen. Na, das ist natürlich wieder... Das gefällt uns doch. Ist doch mega geil. Oh, yeah. Jawohl. Ey, wie viele Bananen hast du denn? Oh, Bananen. Ja, lass doch ruhig fallen. Warum hat der Typ so viele Bananen? Ey, ihm fehlt auch noch seine Blaupause. Ist das nicht herrlich? So. Gut, im nächsten Part dann also in Welt 6. Höh. Äh, bezahlen wir das noch schnell? Bezahlen wir das noch schnell? 65 Bananen bloß. Ey, wir haben doppelte. Nein, alles klar, Freunde. Bis dann zum nächsten Mal. Ciao.